Später. So, jetzt versuche ich mal, jetzt versuche ich mal, das fucking Signee hier irgendwie ans Laufen zu kriegen. Schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Vielleicht haben es ja mittlerweile einen Windows-Mode eingebaut. Ich glaube, es eher nicht. Das ist ein Konami-Spiel, ja. Das ist ein Konami-Spiel. Unreal Engine. Ja, Baby. Wir müssen ja krasse Optik haben in unserem Isch-Map. Das ist das Wichtigste. Warte, warte mal. Obwohl, doch. Ich kann die Resolution, aber... Warte, was war das? Alt und Enter. Geht das? Oh! Okay, ausgetrickst. Hervorragend. Das funktioniert zumindest. Hervorragend. Weil ich glaube, das hat beim letzten Mal nicht funktioniert, als ich das versucht habe. Oder das war bei einem anderen Spiel. Aber ich meine, als ich das nämlich angeworfen habe, habe ich das auch versucht. Und da hat es nicht funktioniert. Also von daher schon mal gut. Jetzt muss es nur noch laufen. Jetzt muss es nur noch funktionieren. Kleinster Teil. Das Wichtigste haben wir geschafft. Boah, direkt an die Spitze der Kategorie jetzt. Ich sehe schon zwei Leute. So setzt man sich bei Steam durch. Äh, bei Twitch durch. Einfach Spiele spielen, die keiner, die keiner guckt. Dann kommt auch keiner, aber dann bist du wenigstens alleine in der Kategorie. So, lass mal sehen. Läuft das auch alles? Ja. Apply Changes. Ich habe es auch noch nicht gespielt bisher, ne? Deswegen, das ist für mich jetzt auch. Oh, lass mal nur kurz hier noch für mich einblenden, dass ich den Sound so ein bisschen im Überblick behalten kann. Tutorial? Gibt es da Großvater? Ich meine, ich mache einfach mal. Ich weiß nicht, was bei dem Titel ist, aber ich glaube, das ist eher so ein Euro-Schmab. Das heißt, das ist dann noch meistens mit so Systeme über Systemen da drüber. Müssen wir mal gucken. Ein, ein Raum... Oh, Start funktioniert nicht. Da steht zwar Start, aber wenn ich Start drücke, dann geht es nicht. Ich muss A drücken. Entschuldigung. Es ist ein Raumschiff. Shoot him up. Okay. Use primary weapon to destroy all enemy units. Hint. You can aim the primary weapon and aim. Oh, krass. Okay, du kannst so ein bisschen... Du kannst so ein bisschen da links und rechts ziehen. Alles klar. Use ground weapons to destroy all enemy ground units. Okay, alles klar. Ja, es gibt ja auch ein paar Titeln, dass du dann auf zwei Ebenen agierst. Dann hast du die eine Waffe, die für Flur und die andere, die für den Boden eingesetzt wird. Use ground weapon to destroy all enemy ground units. Boah, ich hoffe... Also ist das... Alter, musst du... Weil normalerweise hast du eigentlich bei solchen Titeln dann für die Ground-Sachen so ein bisschen mehr locker. Oder der... Das Schussfeld ist halt größer. Okay, Toggle-Homing. Alles klar. Das ist eine Toggle-Mechanik auch noch. Und das auf dem linken Stick. Was sind auch den restlichen Buttons drauf? Dann bitteschön. Okay, jetzt hast du aber... Okay, jetzt hat es aber normal locker. Okay, ich hoffe, es ist ein... Im restlichen Spiel aussah. Pick up an energy point, move and cross it. Okay, dann destroy das enemy. Success, baby. Ich mach mal die Maus weg. Toggle energy from shield to weapons. Weapon slot control the power of the Orca's weapons. The more weapon slots are filled, the more powerful the active weapon will be. Energy points will not automatically fill your weapon slots. Success. Toggle through your selected patterns. Oh Gott, wie viel hab ich denn davon, bitte? Use missiles to destroy both air and ground enemy units. Okay. Missile sind dann noch auf. Okay. No, I'm empty. Kann ich jetzt das Tutorial nicht... Nicht abschließen? Krieg ich irgendwie irgendwann wieder Lebensenergie zurück? Also, die Energie... Bro, das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, wie denn? Softlock im Tutorial. DSP-Moment. Aber fang ich jetzt wieder ganz von vorne an? Ja, okay, fuck it. Komm, ich geh einfach ins Spiel rein. Who cares? Bro, das hab ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Das hab ich, glaub ich, in meinem ganzen Leben noch in keinem Spiel erlebt. Dass du dich im Tutorial softlocken kannst. Weil genau deswegen kriegst du für das Tutorial dann unendlich Munition. Oder es wird zumindest nochmal... Ah, okay, du hast alles verbraucht. Dann laden wir die... Die Aufgabe nochmal neu. Und nicht... Ja. Das war's jetzt, ne? Mein Lieber. Ist schon mal ein guter... Ist schon mal ein guter Ersteindruck, würde ich sagen. Alter, was ist das für eine unfassbar generische Scheißmusik. Das wirkt wie so... So die popeligste Trailer-Musik, die man sich vorstellen kann. Oh ja, das ist aus... Ja. Die Tarantino-Shots, die ich meinte. Das ist immer so ein gutes Gefühl, was ich bekomme, wenn mein Schmapp so anfängt. Weißt du, das ist ja nicht so, als ob es keine japanischen Schmapps gäbe. Mit irgendwelchen Charaktermodellen, die irgendwie üppig bestückt sind. Oder in Posen zu sehen sind. Außerhalb der... Des eigentlichen Gameplays. Aber selbst... Selbst die fangen nicht so an. Das ist halt wirklich... Die haben den Trailer fürs Spiel jetzt am Anfang reingestellt. Aber das ist... Also die Musik alleine schon. Also da würde ich doch vor Scham im Boden versinken, wenn sowas in meinem Spiel drin packen würde. Also da würde ich doch lieber noch irgendwie... Weiß ich nicht... Einen Typen von der Straße holen, der kurz ein bisschen mit Holzlöffeln zusammen klacken kann. Das klingt besser als wirklich diese generischste Werbetrailer-Musik. Das Charaktermodell sieht aber auch so unfassbar langweilig aus. Weiß ich, wie so Facebook-Meta-Charaktere oder so. Daran erinnert mich das. Okay, ja. Alles klar. Ja. Alles klar. Mal... Ja, das ist so unübersichtlich. Holy shit. Ich habe wirklich das Gefühl, das soll einfach nur... Boah, guck mal hier die ganzen Sachen, die auf dem Bildschirm sind. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass es nur so... Das eigentliche Pattern ist dann so relativ okay. Warte mal, dann kann ich die Energie darüber holen. Ja, alles klar. Alter, ich finde es einfach nur unfassbar schwer zu lesen, das ganze Spiel. Aber ich muss mal kurz gucken, kann ich hier ein bisschen die... Kann ich aus dem Spiel heraus keine grafischen Einstellungen vornehmen? Das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Das heißt, ich muss erst wieder ins Menü zurückgehen, bevor ich das... Oder ich muss ins Hauptmenü quasi zurückgehen. Kann ich das... Oh no. Oh no. Perma-Upgrades. Oh, das ist wirklich ein Euroshmab. Oh no, 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 no. Oh, das willst du... Oh, nee. Oh, ich will noch keine... Ich will noch keine Perma-Upgrades. Jetzt Optionen? Okay, hier. Und ich habe schon... Alter, das ist Steam Deck Quality. Das ist das Niedrigste. Das ist Ultra, High, Medium und dann Steam Deck. Das heißt, ich habe schon die... Okay, das ist schon die, okay. Machen wir mal endlich einfach auch Disabled. Wenn ich jetzt V-Sync ausmache, dann wird es wahrscheinlich noch schlimmer, visuell. Okay, machen wir einfach mal so. Ich meine, das ist natürlich das, was ich haben möchte. Hauptsache, Hauptsache, ganz viele 3D-Modelle in meinem Schmab vor die Performance gestellt. Oh Gott, ich habe wirklich das Gefühl, hier geht gerade so Amazon Prime eine Werbung an. Ich bin gerade irgendwas am gucken und dann... Oh, hier kommen zwei 30-Sekunden-Spots. Wow, 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 wow. Erlebe jetzt deinen Sommer mit Cola. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Also, du bist jetzt einfach schon zugeworfen mit drei Gegnerwellen mehr, als du irgendwie gleichzeitig handeln könntest. Warte mal, worauf waren nochmal die unterschiedlichen Shop-Types? Habe ich am Anfang überhaupt welche? Oh, fuck. Also, da finde ich ja jedes Hardcore-Bulletail angenehmer zu spielen, ehrlich gesagt. Oh, alter. Komm, sagt ja Amazon Prime Werbung, schon habe ich die. Oh. Das ist doch eigentlich nur ein Zeichen, sich ein Abo zu holen. Also, kein Amazon Pro, kein Amazon, so ein Abo, Sondern einfach ein ganz normales Abo hier. Okay, das habe ich da. Ich finde auch so die Musik. Das wirkt halt mehr wie so generische Filmmusik. Nicht das, was ich irgendwie in einem klassischen Schmack haben möchte. Du hast auch immer so ein bisschen nachgezögelte Inertia, wenn du damit interagierst. Ich glaube, das ist das komplette Schiff hat den. Einfach mal die Dinger spammen. Oh, bro, das ist, also, weiß ich nicht. Da habe ich, da habe ich wirklich mit, mit Toho weniger Probleme. Also, es spielt sich aber auch, ehrlich gesagt, wirklich nicht gut. So, es ist sehr schwer, kleines, feines Movement zu machen. Und dann hast du eben noch immer so eine kurze Zeit, die du hältst eben nicht sofort an, sondern das Schiff bewegt sich immer noch so einen kurzen Moment dann in die Richtung mit. Also, nicht so, als ob es auf Eis wäre, aber als ob irgendwie... Ich habe keine Möglichkeit nach hinten zu schießen. Ich meine, ich kann auch die Bomben einsetzen, aber das bringt ja bei dem Boss eher vielleicht dann nix, ne? So, sondern nur hier. Okay. Das ist mir so weird vom Schwierigkeitsgrad her, dass das jetzt wieder... So, es ist einfach das Ausweiter... Okay, jetzt bist du... Oh, okay, das ist die Performance auch schon im Arsch. Und du hast natürlich auch gar keinen Slowdown bei irgendwas, im Gegensatz zu... klassischen Bullet Hells. Es hakt einfach nur. Das Spiel geht nicht in den Slowdown rein, es fängt einfach nur an zu ruckeln. Und im Hintergrund kommt irgendein generischer Sci-Fi Musik-Score... Der auch... Äh... Äh, ich weiß ja nicht. Also, ich finde es visuell einfach nur überladen. Einfach nachher als Pallet Cleaner erst mal... Erst mal ne Runde Krims Clover oder so. Lol, einfach... Einfach good old Circles Craving. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal in einem Schmapp sehen würde. So, dann denke ich mir, dann mach auch... Also, dann mach einen Twin-Stick-Shooter draus. Indem ich halt wirklich in alle Richtungen schießen kann. Äh... Äh... Also... Vielleicht wird es am Ende vom Tutorial noch erklärt. Aber da wurde ich ja gesoftlockt. Na Leute, sieht es für euch auch so gut aus. Denkt dran, das ist ein Steam Deck Einstellung. Was meinst du mir, dass aus dem Steam Deck läuft dann? So... Also, ich weiß, dass ich einen scheiß PC habe und unbedingt einen neuen brauche. Aber... Sachen laufen normalerweise besser, als... Als es auf dem Steam Deck tun würde. Jesus. Also, wirklich... Das müsste mal jemand... Ich mein, vielleicht ist es einfach dann explizit auf die Steam Deck Hardware dann besser eingestellt in dem Modus. Aber das müsste mal wirklich jemand testen, weil... Holy Shit. Aber ja, es ist auch so... Bisher das Encounter-Sein... Ich hab das Gefühl, dass es Rob wirklich drauf ausklingt, einfach... Immer zu Circle Strafe. Was halt mehr ein... Twin-Stick-Shooter ist, aber du hast halt keinen richtigen Twin-Stick-Shooter hier. Weil du gefühlt nicht nach hinten angreifen kannst. Also, wenn dann, wie gesagt, dann weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss ich dann auch irgendwas anderes toggeln. Und vor allem, warum... Warum war dieser erste Mini-Boss bisher irgendwie das... Das schwerste, was das Spiel hatte? Okay, aber ich nehm da hinten tatsächlich Schaden. Das ist auch so eine Sache. Ich finde, du hast... Du hast so schlechtes visuelles Feedback zu irgendwas, was passiert. Natürlich gibt's keine... Gibt's keine Continues. Nicht mal eins. So, I don't know. Ich weiß nicht. Das ist dann das Schmack, was du für den Massenmarkt machen möchtest. Und zugänglicher. I don't know. Also, da finde ich jedes Cave-Spiel zugänglicher. Aber ich bekomme einfach das Gefühl, so nachdem ich dieses Upgrade-System gesehen habe... Oh ja, vielleicht möchte das Spiel, dass ich erstmal... Dass ich erstmal permanent irgendwas upgrade die ganze Zeit. Aber wirklich diesen kleinen Scheiß-Teil am Anfang auszuweichen... Ist schwieriger als alles andere, was ich danach gesehen habe im Spiel. Bisher. Du hast halt wirklich eine relativ kleine Fläche, nur da rumzugehen. Du bewegst dich halt super... ...so hektisch über alles. Und dann fehlt dir aber dabei die Genauigkeit. Also, keine Ahnung. Ehrlich gesagt... So lang schon hier ist es... Es ist irgendwie kein Gegner-Design. Also kein Encounter-Design. Das sieht aus, als ob drei Level gleichzeitig laufen würden. Nebeneinander. Deswegen ist es auch so... Horizontal aufgebaut. Weil einfach so drei vertikale Schmaps nebeneinander ablaufen in dem Level. Das stimmt. Wichtig. So. 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 You know what I've fallen? So Trefferfeedback ist halt auch nicht das geilste. Die Gegner werden ein bisschen umrahmt und blinken dann ab und zu, wenn sie getroffen werden. Aber sie werden halt auch nicht so, sie blinken halt auch nicht im Rhythmus, in dem sie getroffen werden. Dann ist einfach random so eine Attacke da drin. Also an was mich das am ehesten erinnert tatsächlich, außer vom Qualitätslevel, ist Sinemora. Das war auch absolut ass. Also ganz im Ernst, also von dem, was ich gehört habe, die Aufgabe von dem Spiel war, wir machen einen Schmapp für die Normies. Und ich bin so, Bro, spiel einfach Mushihima Sama oder so, was ein absolutes Hardcore-Bullet-Held-Spiel ist, aber da kommst du besser rein. Ich sehe jetzt erst, ihr die Lebensleiste wird ja auch nur sporadisch eingeblendet. Also und vor allem, es gibt halt so viele gute Indie-Schmapps. Also ohne Scheiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leuten, also den meisten Leuten besser gefällt, direkt aber vor allem von Anfang an, als irgend so was wie Zero Ranger. Das ist halt eher die Sache, dass die Leute nicht von Zero Ranger wissen. Und mein Schild wird halt auch die ganze Zeit wieder abgeblendet. Geblendet. 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 vielen dank für das aber vielen dank und jetzt kommen mal gegner rein die irgendwie und treffen muss das wird irgendwie auch nicht so zusammengeführt einfach okay jetzt habe ich vor die andere taste gedrückt gehalten jetzt halte ich die taste gedrückt ich muss jetzt bei denen einfach dass wir schon vorher einsetzen das ist ein einfach die fliegen auch auf screen links und rechts einfach so in dich rein das passt schon ich weiß nicht schaust du einfach nur auf irgendwelche dann marko titel und sagst boah das kann auch niemand da kann auch niemand darauf reagieren oder das irgendwie lesen also müssen wir uns so was bei unserem spiel auch keine sorgen machen das ist ja das was leute scheinbar mögen einfach über den bildschirm voll zu scheißen ja also es zeigt mir jetzt nicht dass man irgendwie das so die die genre von fundamentals irgendwie drin hat das mit meiner spiel will wirklich wenn das zielgesuchte laser sind die dann eine zeit lang aktiv sind das heißt das spiel will hier gerade dass ich so fest wollte ich habe ja auch aber ich kann geben dann denke ich mir dann macht auch lieber dann versuchen wir wirklich eine mischur aus dem aus denen den autoscrawler also die autoscrawler struktur eines eines schmucks und wissen dann mit einem twin stick shooter zu kombinieren weil einfach die ganze zeit um die gegner rumfliegen zu müssen ist halt für mich eher dann zeitverschwendung anstatt so ich mache jetzt circle strafing zum ausweichen aber wenn ich 50 prozent der zeit dabei habe ich halt keine möglichkeit auf den gegner zu zielen jetzt bricht es aber richtig sein ich glaube mein rechner schwitzt gerade zu tode also ich kann gleich einfach mal wirklich so den anfang von einem eigentlichen hardcore titel der nicht für den mainstream gemacht wird sondern von der hardcore crowd kann ich einfach mal zeigen im gleich dazu okay cool Ich darf da nicht ganz hinterher gehen, aber ich muss dann doch irgendwie hinterher gehen. Wir sind ansonsten aber auch kein aufregendes Gegner-Design, so den Greifangriff, der kommt ab und zu mal, aber ansonsten sind das halt zwei Angriffe, die sich wiederholen. Und immer noch, also die schwerste Attacke ist von dem allerersten Miniboss. Da ist bisher noch nichts dran rangekommen. Kann ich da oben lang? Nee, okay. Okay, den Schild kann ich dann, oh, ich darf nicht so nah ran. Kann ich auch irgendwas am Boden anschießen? Ach so, ja, der Gegner, der komplett im Dunkeln ist, ja, sorry, dass ich den nicht gesehen habe. Nee, so mag ich meine Schwabs am liebsten, auch jetzt da oben rechts, wo kann ich mich bewegen? Wo ist irgendwie Stage-Asset, wo ist irgendwas, das ich anschlagen muss? Ah, who cares? Muss man das wirklich sehen? Muss man das wirklich gut wahrnehmen können? Kann ich den Fagen hier unten abschießen? Auch nicht, ne? Also bisher hatte der ganze Level eine dedizierte Sequenz. Ja, Baby, auch hier, ich meine meine Schüsse sind nicht stark genug, dass ich selbst diese kleinen Popelgegner auf einmal dieses so Popcorn-Enemies, wie du es so nennen würdest. Also ich bin ja eigentlich gezwungen, den Scheiß so zu machen. Ja, nee, also da habe ich echt keinen Bock drauf. Das kommt sofort, vor allem das ist ein 20 Gigabyte, einfach für ein fucking Schmack oder so. Das wird sofort deinstalliert. Kann ich mir jetzt überhaupt Upgrades kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Gun Preset, Design Saved, Homing Missiles. Okay. Ja, ich finde es einfach nur S. Ich finde, ich finde es einfach nur schlimm. Holy fuck. Boah, da habe ich keinen Bock mich nochmal. Das wird direkt von der Platte geschmissen und weg damit. Und weg damit. So, hier gucken wir mal. Ja, ich habe es, ich habe es doch, ich habe es doch noch, ich habe es doch sogar noch installiert. Ich glaube noch von der Größe war das jetzt ein bisschen schwieriger zu zeigen. Ich glaube, ich habe es noch auf Original Auflösung, deswegen. kann halt nur Fullscreen. Oh oh. Oh oh. 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 Okay, irgendwas. Irgendwas ist gerade gelockt. Ich kann, ich kann sonst nichts mehr. Ich habe gerade nur irgendeinen Erfolg freigeschaltet bekommen, dass ich irgendwelche Dinge... Na gut, ich kann auch meinen Mauszeiger nicht mehr sehen. Läuft gut. Läuft gut. Hervorragend. Oh, ich liebe PC Gaming. PC Gaming beste. Alter, ich... Ich kann wirklich... Nein, ich will nicht... Selbst wenn ich aus dem Fenster... Selbst wenn ich ein anderes Fenster auswähle, mein Mauszeiger ist am Flackern. Oh. Ich muss das glaube ich mit Tasker da gerade schließen. Bro, was war da los? Oh, ich bin irgendwie... Ich kann einfach nur bei den Menüeinstellungen irgendwas ändern. Oh. Okay, machen wir mal... Machen wir mal Zero Range. Das habe ich immerhin noch installiert. Das kann glaube ich auch einfach nur Fullscreen leider. Das ist halt echt das Problem bei dem ganzen... Bei dem ganzen Genre. Weil... Ich kann euch mal die Originalauflösung von dem Spiel zeigen. Das ist die... Das ist die Originalauflösung. Ich komme gerade auch nicht ins... Ich weiß nicht warum das Spiel auch gerade einfach nicht ins Hauptmenü möchte. Es soll einfach... Es soll nicht sein. Es soll nicht sein. Ist jetzt auch egal. Ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr. Das... Oh, das macht einfach zum... Diese Sachen zu streamen macht einfach keinen Spaß. Die sind nicht darauf ausgelegt, dass du die in... Nicht in einen Vollbild-Modus packst. Und selbst dann gibt es irgendwie Probleme. Aber sagen, dass man bei Signinix sieht... Ja, ja. Das... So kennt man sie. So kennt man sie. Ich meine wir können... Wir können es einfach mal so machen. Ich habe es auf der Switch installiert. Die kann ich noch anschließen. Tatsächlich. Aber die Sache ist auch, wenn das Ding anfängt... Und das ist ein... Das Spiel sieht nachher so aus. By the way. Aber trotzdem... Aber trotzdem... Die Anfänge... Die... Die ersten Stages davon... Sind trotzdem auch mal dadurch erstmal so ein bisschen in das Grundkonzept reinzuholen. Und du hast dann eben auch ein gewisses... Enemy-Placement. Encounter-Design. Und jetzt erinnert euch nochmal an Signinix zurück. Das war halt wirklich das einfach... Hier noch einmal... Und hier noch einmal. Du kannst auf alles gar nicht wirklich antworten. Das ist... Das ist ein fucking Bullet-Hail. Da kommst du angenehmer rein. Und es ist besser lesbar, was passiert. Ja, Cave ist... Cave ist einfach based. So selbst hier... So die Bullet-Patterns sind auch so viel interessanter. Ich hatte bei dem Spiel gerade eben wirklich das Gefühl... Ich wurde einfach nur mit Sachen zugeschissen. Aber tatsächlich der Slowdown. Ich meine das ist... Und das ist der härteste Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel. Also das heißt wenn du das im... Und ich hatte das andere jetzt gerade auf normal gestellt. Ne, also... Also ja... Keine Ahnung was das mit der... Mit der Einführung irgendwie sollte. Also ja, da gibt's... Da gibt's so viel bessere Sachen auf... Äh... Auf... Äh... Blablabla hier... Ich kann mal kurz... Was hab ich noch installiert? Äh... Oder nicht installiert, aber... Blue Revolver ist großartig. Crimson Clover sowieso. Äh... The Don Pachi Resurrection ist auch gut. Äh... Toho habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Wie gesagt Zero Ranger. Steel Vampire soll auch sehr gut sein. Habe ich bisher noch keine Zeit gehabt. Ähm... Ja, also... Und auch viele andere Sachen. Vieles was ich eben auch auf Konsole und dann eben nicht PC habe. Also das ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung was man sich da irgendwie bei gedacht hat. Also das ist... Ich dachte halt schon bei dem... Als ich die Trailer gesehen habe... Oh, das sieht aber unübersichtlich aus. Und dann... Und dann ist es ja okay... Wenn du es spielst, ist es vielleicht anders. Oder es ist irgendwie darauf ausgelegt. Und dann spiele ich das gerade. Das ist... Ne... Ist einfach nur unübersichtlich. Also vor allem weil es... Ich... Ich weiß noch nicht, was man sich bei dem visuellen Stil davon gedacht hat. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Dann doch lieber wieder das Signal, ja. Ja, Softlocked in sich im Tutorial. Da habe ich das Menü. Zero Ranger. Ich hatte gerade keine Lust zu warten, das Intro durchzugucken. Aber ich habe keine Tasten gefunden, bei der ich das Intro überspringe. Ja, das ist... Ich habe mir auch ehrlich gesagt auch deswegen die Switch-Version jetzt letztens im Sale geholt, bevor die verschwindet aus dem Store. Weil ich das dann lieber auf der Switch spiele. Vor allem da habe ich ja auch den... Ich habe ja auch diesen Flipgrip. Und dann kannst du auf der Switch die Sachen super im Tarte-Modus spielen. Im Andrew-Tarte-Modus. Wie gesagt, ich habe aber auch einfach... Ich habe... Ich habe keine gute PC-Aura. Ich ziehe das an. Die Probleme, die ich mit dem PC habe, die haben andere Leute nicht. Einfach weil sie... Weil sie nicht so eine negative PC-Aura besitzen wie ich. Das kommt davon, der... Mein PC merkt einfach, dass ich zu 99% aus Konsolenspielen bestehe. Der sieht, oh, kein einziges Civilization in der Steam-Bibliothek. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Was? Kein einziges RTS in der Steam-Bibliothek? Ich weiß ja nicht, mein Lieber. Da muss ich dir erstmal ein paar technische Probleme entgegenschmeißen. Ich hoffe, bei der Switch ist der... Switch 2 ist der integriert auf gar keinen Fall. Das ist zu Nische, als dass da Nintendo dran denken würde, sowas einzubauen. Es ist schade, weil ich hoffe, mit solchen... Alter... Konami wird nie wieder was reißen. Das ist einfach von der fundamentalen Einstellung. Die gehen nur danach, wer ihnen am günstigsten Projekte anbietet. Das ist das Einzige, was die interessiert. Oh, du willst für uns was machen? Ja? Oh, günstig? Okay, alles klar, hier. Der Rest ist einfach scheißegal, da ist keine Qualitätskontrolle. DS ist Nische. Die Art, das so separat spielen zu wollen, auf der Konsole auf jeden Fall. Die meisten Leute wollen einfach nur den simplen Handheld haben. Ich fände es auch cool. Aber die meisten Leute wollen einfach nur einen simplen Handheld haben. Und nicht noch irgendwas... Oh, das geht dann auch noch für DS-Spiele? Okay, I guess. Aber interessieren die mich wirklich? So. Bei DS müssen wir alle warten, dass so eine Analog-artige DS-Konsole rauskommt. So Nintendo wird da nichts mehr mitmachen. Das können wir... Das können wir alle knicken. Was für ein Ehrenkodex. Ich hab so viele Samurai-Filme... Ich hab so viele Samurai-Filme... Gut... eto!